Der Fassbinder wird immer Gewohnheiten umstoßen mit allem, was er macht. Das ist ja seine Kraft, dass er das wagt und dass er das auch tun muss und dass da auch alle Spekulationen nichts, dass er fern ist da von der Spekulation. Auch wenn er Lili Marlen macht und eigentlich einen Film macht, der schon auch spekuliert ist auf großen Erfolg. Damals war ja auch noch durch den Lucky Waldleitner das Modell vorgegeben. Es war auch nicht ein Film, den er wirklich machen wollte. Es war ein Auftragsfilm, aber auch den hat er umgedreht. Er hat mehr noch als einen Film über dieses Lied, was alle gerührt hat und was auch vielleicht tatsächlich für Momente das Kriegsgeschehen, wenn es gespielt wurde, erst mal die Waffen zum Schweigen gebracht hat für diese zwei Minuten. Aber er hat eigentlich einen Film gemacht über das Thema, wie viel haben wir gewusst und wie viel haben wir uns in die Tasche gelogen. Das war das Thema. Und das hat er verpackt in einen ... Er hat sogar gearbeitet mit der Ästhetik der damaligen Nazi-Zeit. Er hat auch zur Kostümbildnerin gesagt, wir machen einen bunten Film. Und zum Kameramann hat er gesagt, wir machen einen höllischen, glaube ich, das Wort höllisch kam vor. Naja, ich will damit sagen, er hätte sich selber nie so weit, glaube ich, diszipliniert oder verleugnet oder auf den Erfolg hingetrimmt, dass er Hollywood wirklich voll bedient hätte. Dass wir bei Lili Marlen schon auf Englisch gedreht haben, war eigentlich schon ... Ich weiß jetzt nicht, ob das vom Waldleiten, also vom Produzenten so verlangt war oder ob das eine Idee vom Fassbinder war, aber das war eigentlich schon daraufhin in der Erwartung, es wird ein Welterfolg. Und es war, glaube ich, auch der Film, der am meisten gespielt wurde, seiner Filme überall, mit dem er wirklich dann Publikum Schichten erreicht hat, die vorher in seine Filme nicht reingingen. Was sicher auch irgendwie mit dem Titel, mit dem Bekanntheitsgrad des Lieds zu tun hat und mit gewissen Fantasien. Sogar meine Mutter hat zu mir gesagt damals, ich wusste von meiner Mutter nie, dass sie jemals Schauspielerin werden wollte. Da hat sie zu mir gesagt, ach, wenn ich das jemals gewusst hätte, dass meine Tochter einmal Lili Marlen spielt. Ja, sag ich ja, und, was wäre dann gewesen? Ja, dass sie, da hat sie es mir dann gesagt, dass sie, also das war schon etwas, da war eine Verbindung plötzlich geschaffen zwischen einerseits dem Vehikel, das Vehikel war da, was überall freie Bahn hat und überall hingelangen kann, die Verpackung und dann, und der Inhalt war trotzdem, im Inhalt war nach wie vor trotzdem etwas drin, was einem irgendwo doch im Hals stecken blieb, also was nicht so leicht runter ging wie manches andere aus der Hollywood-Fabrik. Lili Marlen war eine Verdoppelung von dem Star-Gedanken, wobei das Ganze eben auch wieder eine Infragestellung des ganzen Statums war. Also, was ist ihr Lieber? Was ist ihr Lieber? Ist ihr Lieber? Warum hat sie dann so weit mitgemacht in dem ganzen Nazi-Karusell? Weil sie, weil diese, das war eigentlich eine der wenigen Unterhaltungen, die wir hatten, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die aufkam, wo ich gesagt habe, naja, wegen dieser Liebesgeschichte, die irgendwie nie zur Erfüllung kam, dass alles, was nicht zur Erfüllung kommt, das treibt ja noch mehr an als das, was sich erfüllt. Da hat er so etwas spöttisch gesagt, naja, und sie hat ja ihre Karriere doch eben auch sehr lieb gehabt. Und dieser Starbegriff, der bei ihm immer wieder auftauchte, das war einerseits eben, war das, wovor er den Hut gezogen hat, und andererseits hat er es aber natürlich auch schon durchschaut, was das Ganze ist.